In Grimma ist ein Polizist wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt worden. Das Amtsgericht verhängte gestern eine achtmonatige Freiheitsstrafe, die zur Bewährung ausgesetzt ist, sowie eine Geldstrafe über 3000 Euro. Der Mann hatte einem Corona-Spaziergänger im Mai vergangenen Jahres getreten und ins Gesicht geschlagen. Laut Gerichtssprecher war das auch auf einem Video zu sehen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.